Ah, jetzt wird's wahrscheinlich noch besser, jetzt kommt der Flug zur Hölle. Flug zur Hölle, ja, oder? Ja, und das nächste Morgen kommt der in Blutdurst. Blutdurst, Alter, und den kalten Strom. Sind wir durch. Oh, Flug zur Hölle. Zack. Das sind auch, oh ja, Finale auf der Startbahn. Krass. Das Gewächshaus, der Kran, die Baustelle, das Terminal und Finale auf der Startbahn. Das wird Ultra, das weiß ich, kann ich mir jetzt schon vorstellen. So, alles klar. So, achso, jetzt wieder der Bug hier mit dem Pet. Bug mit dem Pet. Bug mit dem Pet, ja. Bug mit dem Pet, Alter. So, ja, dann müssen wir starten, Alter. Na klar. Flug zur Hölle, Alter. Ba-bam. So, und Bier kommt jetzt nicht auf den Tisch, Alter. Dead Air. Prost. Prost. Der Flug hat Verspätung. Dauerhaft. Ja, dann ist er gut. Das ist ja wie wir durch Transa reisen. Ja, der Wien muss. Hala. Mit dem Flieger käme man hier deutlich leichter raus. Der Flughafen muss geöffnet sein. Lasst uns hingehen. Muss geöffnet sein, ja. Ja, lass uns hingehen, ja. So, wir haben weiter Weg bis zum Flugplatz, Alter. Ja, gut, äh. Was landet ihr an? Cannabis oder was? Gibt ganz anders, ne? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Wir haben hier alles schönes Leben? Dann wieder Molly. Dann nehme ich, äh, eine Gitarre. Na lustig hier. Zack. Da ist noch ein Medipack. Ja, und eine Maschinenpistole, ja. Oh, was hier? Hier ist das Samurai-Schwert. Das ist eigentlich noch besser. Ich erinnere mich über das Samurai-Schwert. Das ist hier der Flach. Das ist hier der Flach. Not enough! Not enough! Not enough! Not enough! Not enough! Na gut, dass es so ist, wie es hier ist geworden. Inwiefern? Ja, mit dem rumgespringen. Oh, da drüben geht's was, oder? Hier unten ist noch ein Moralschwert. Also da ist draußen. Vor uns hier, weil Franz ist um mir. Weiß ja nicht, wo du jetzt bist. Na hier oben da. Na hier unten ist noch in seinem Bereich. Uh, wahrscheinlich. Oh, da bin ich zu mir. Er schießt doch noch nicht. Lade nach! Achtung! Gib mir mal Wehrdeckung! Da unten hier im Keller ist ein Samurai-Schwert. Ja, ich schau mal erstmal das Midi-Pack von hier hinten noch. Ne, ist schon weg, okay. Dann hat es einer von den Bots mitgenommen. So. Wie hier. Reicht der Samurai. Hier sind noch Pillen, ey. Ich würde gerne mit. Ich würde fast übersehen, Alter. Ach, du hast ja auch ein Samurai-Schwert. Ja, dann. Ja. Ein Duo hier, Alter. Ching-Chang-Chong. Ja, Ching-Chang-Chong, ja. Riesen in den Karton. Da da. Wo ist es da oben? Alter, der sieht da hinten ja aus wie Armageddon, Alter. Da, da. Wir sind doch bei Hause nicht losgespringen, wie es geht. Ich fäll zu! Ich fäll zu! So, Fernseher wird hier nicht geschaut. So. Die Lunte brennt! Die Lunte brennt! Ach, das ist aber Molly, ja? Die Lunte. Was? Da muss man die Platz machen. Ja, komm her. Kein Problem. Ich hab hier was für dich. Das ist scharf. Oh, wie schön die Leute. Äh. Komm her. Komm her zu dir. Ah ah. Hier durch. Waffen. Geht mit Sprengladung. Ich hab mal die Namen. Ich lade nach. Die Schaden aufmachen? Ne. Das ist noch eine Verschienenpistole. Aber die braucht noch keiner. Der braucht dafür Munition. Die kommen über ein Schwertjug zurecht. So, das glaub ich. So runter, ey. Ja. Ich hab Molly, ey. Pass auf. Ah, ne, 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 ne. Scheiße, Scheiße. So. Das lohnt sich nicht mit dem Molly. Das ist nicht so. Oh, ein bisschen Weg. So, wer weg ist. Was ist hier oben los. Das ist hier in Position. Oh, der Trott. Aber View-Motel. Ich bin gemeingefährlich. Das glaubst du, oder? Moment, ich muss es halten! Zack! Jetzt kommt der Kran. Ja. So, dann kann man nicht daschen hier, sonst strackele ich hier. So. Geht wieder ein Samurai-Schwert, ja. So, dann. Was für Arzt. Arzt Bindling. So, ein Medipack ist hier noch voll, sagen wir mal da. Alter, hier ist nochmal so ein Schwert, ne? Ja, die. Eben, sonst hier richtig. Gehen wir wieder hoch. Jo. Schuba, oder was? Stopp. Ah, wie wohl? Nein, das ist egal. Oh, das ist ja geil. Okay. Aber ich habe ja eine Kräte. Egal. Egal. Aber da ist es ja auch. Aber da habe ich schon. Natürlich. Aber das ist ja egal. Aber da ist es ja egal. Ach, das ist ja egal. Ach, das ist ja egal. Ach, das ist ja egal. Oh, ihr fangt. Ansonsten Der ist der eine Madonna-Kicktheon. Komm her! Komm her! Ja, das ist vorbei. Jawoll. So eine Kettensäge ist hier voll einfach. Oh Gott. Ich habe hier gerade Sumpfer, Sumpfieber. Ich habe hier mit der Helme der Kettensäge geritten. Was ist das? Wie ist das? Ich brauche sie ab 6. Ja, das kannst du dann mit dem Schnapp nehmen. Was ist das? 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 Wie ist das? Was ist das? Was hat das? Das ist ein guter Brett dauernd. Oh, Entschuldigung. Ich bin der Hatter. Ich bin der Hatter. Alles, alles. Alles zu gut. Ah, das war echt nett. Brauche ich mal zwei, äh, hätten sie den Sprint lassen können. Aber wenn man sie nicht benutzt, dann muss man sie, äh, zur Waffe wechseln. Weil, dann sparst du Sprit. Nur anmachen, wenn du die Brüder nicht brauchst. Wenn es mehr los ist, dann, äh, ja, dann wechseln und geben sie wieder aus. Die ganze Zeit läuft. Du hast nur Sprit und du hast länger was da vorne. Ja, dann hast du mehr. Spitter! Spitter! Ich weiß nicht. Ich bin ja... Freund von den Russen, dann habe ich definitiv die ARK. Keine Ahnung, Amerika. Äh... Eine Waffe, erste Waffe, die Waffe ist die ARK. Wir nehmen leider die Treppe, Bill. Hey! Fech! Und hier auch Parkleuf. Gib nicht den Szone tutti. Berliner Bayer super independence! Oder der Meister der Pilz. So. Ich bin mal super we BS. Da sind die Charakter hier. Das sieht man. Komm her, Mädels. Hier. So. Hunter. Oh, was ist denn los? Irgendwas ist jetzt hier gesteckt. Ah, hier ist die schöne Munition. Hier die Wack-Munition. Wollen wir das machen? Oh, ich hab Wack. Keine Hälfte mit Achtung. Ah, ich will nicht mal wieder fahren. So. Oh, komm mal her, Junge-Jong. Oh! Bremst doch! Lass mir der Kopf hier, oder was? Ja, der Smoker hat uns schon mal geholfen. Okay. Doch, er ist ja mit dir. Und das Talibat. Ja, nochmal Pillen. Gibt mir besser. Du bist die dumme Hexe, ich hab gerade Munition. Geh aus. Ah, danke. Ich muss unten sein. Ich werde hier, die kann hier überall lauern. Hier ist ein Dürchen, ich nehme die mal mit. Warte. Ich habe sie gefunden. Die ist hier im... Da ist sie drin. Oder? Na? Oh, das ist hier böse, Alter. Hier ist sie auch nicht drin. Der Zombie, der Fan. Normalerweise. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Das war ein 20 Schuss. Wacht. Er ist doch hier in der Ecke, oder nicht? Nee. da ist sie das war super mit der 2 Schuss hier gibt es Wappen Ich bin ein bisschen längst da. Jetzt wird die. Merkwürdig. Merkwürdig. Die muss noch bei der Office sein. Tief. Muss immer so weiter runter gehen. Ja oder eins weiter höher. Ist ja egal. Vielleicht kommt die hin. Da im Lager sind wir sicher. Lade nach. 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 Vorsicht. Vorsicht. Hinter dir. Hunter. Ich lade nach. 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 Die Lunde brennt. Ach hier ist der Schutzschrank. Na gut. Alles klar. Nice. Alles klar. So, das nutze ich jetzt noch nicht, wenn kein anderes bei dir ist. Hier ist auch nichts mehr. Was ist denn da oben noch? Nicht. Gar nichts. Aber auf die Baustelle. Hier ist ne Waffe. Die ist sehr gut. Preis benutze Kriegswaffe. Verbürger Kriegswaffe oder was man auch nennen will, Waffe, die auf dieser Welt gibt. Die aus Amerika, die aus Russland. Da! 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 Die Barriere Lade nach Ehrlich Zack 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 Schau auf, Alter! 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 So, jetzt wird's ärger. Alles klar. Alles klar. Das sollte fürs erste reichen. Ich hab's doch nur heute mit der Hilfe. Wie bist du? Du weißt, was ist gut. Genau. So. Hier ist ne Waffe! Ja, was war eine? Ach, da ist neun Millimeter hier. Das ist ja... Hintergeburtstag. Das muss man ja gar nicht in die Hand denken. Ja, zwei davon sind richtig gut. Waffen! Jetzt werden wir weggehen. Das bleibt mal der Acker. Russland liebt. Der NDRK, Alter. Ich hab hier mal einen Mann-Spitter hier. Hier ist nichts mehr. Oh! Schau auf! Alter! Einschlag mit Bajonetten! Hier gibt's Waffen! Der NDRK, Alter. Der NDRK, Alter. Das war's für jeden Tag! Er ist klar. Ein Einzelne Halt. Ja, das kommt in denzzoleg. Hier und ein halb. So, ist das nicht! Auf, über! Ah, komm komm, komm! Wär! ich hab schon mal gesehen in dem spiel aber das war wieder so ein Hunter die sind Pillen bestimmt wieder die können wir sicher brauchen ne die nehm ich jetzt aber noch nicht das lohnt sich noch nicht das ist ein Molly, das tausche ich aus ist das besser ich hab immer noch 320 Schuss ja cool das ist sowieso nur das Tortana hier hier liegt ne Waffe hier liegt ne Waffe, ja ich hoffe das ist ein anderer Flieger ne, anderer ja ich lade nach ich lade nach die Schlieder hier, so ne Hetzte da jetzt sind wir aber langsam da hinten ist der Tower vom Flugfeld ich lade nach hier ist er international international oh oh ne ich lade nach 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 schon mit dem bestimmt 35 ich lade nach ich lade nach woher durch Eine Etage höher Oh, Frenze stirbt Mensch, Frenze Ist er gerettet? Ah Das Parkhaus durch Eine Etage höher Und dann wird die Gasse da weg Oh, hier ist ein Bedefekt Aber das brauche ich nicht, das braucht Frenzes Frenzes holt ihr das hier Dort ist er Bei mir ist auch nichts zu schlimm Hat er auch nicht noch Frenzes Frenzes ist verarsitiert Oh, hier ist noch ein Wunder Der ist da oben auf der Böde Ich weiß nicht, wie er hier drückt Einfach weiter runter Oh, klasse, der hat total Segnistik vor Bäh Wie schlimm ist es? Ich schaff das Aufstehen und weiter Also, äh Danke Ich bräuchte Medi-Pack Ja Ja Noch einfach Reichen die Pillen? Ja, ne? Mh, ne, ne Die Schlange So ist das nachher alles wieder bei demselben Flugzeug angefangen hat, oder? Mann, ich fühl mich echt beschissen Ne, ich verblutet Ja? Na ja Warte, 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 dann gib ich dir eins hier Warte, ich komm, ich fahrze dich Warte, oh ja Oh ja, jetzt geht's ruf, ja Jetzt sind wir mal unten hier, warte Warte, ich komm, ich fahrzei dich Warte, ich komm, ich fahrzei dich Jawohl Ja gut, wenn Luis jetzt stürmt Das ist nicht ganz so schlimm, ich hab ja noch einen Bogen Warte mal Warte mal, du bist mit dir hier ja zum Zählen Na, hier oben hast du die Treppe da oben gegangen? Das hab ich gemeint, wie viel ein Durchgang Sicher, da ist der Schutzraum bestimmt Ja Haben wir alle überlebt Wunderbar Geht endlich rein Geht endlich rein Ich versorg dich Ich versorg dich Alle Mann rein da Also können wir uns auch mal Puh, danke Bitte Ich hab ihn mal geheilt Ich geb erstmal das Terminal Danach kommt das Finale Ja, das war ich glaub 5, ne? Ja In der Episode oder in dem Kapitel So, ich nehme den Defi wieder mit Alle haben Verbands, wir nehmen den Defi, dann nehme ich das Verbandspaket hier mit Dogfood Dogfood, ja, Hundefutter Ach, da ist ein richtig geiler Hund drauf Ja, voll geil So, äh, Munition für die AK Ja Wo ist die Munition hier? Gibt's hier keine Munition? Doch, in den Eimer hier links Oh? Hier, links neben mir Bei dem Tisch Da Da Dabei Noch mal nachladen Den Kugeln nehmen wir noch mehr mit So, das war's Dann los Ich bin gleich Oh, komm her hier Jo Hallo Na Katana, jetzt zack, so ist besser Oh, zack 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 Dann wird das Und dann pointe ich raus Wie kann man eben gleich andere Wandel Da jetzt wieder schrauben Ich glaube nicht, wo man ist Gap Jetzt auch ongelegt Ich bin nicht drauf Hold on Hold on Hold on Hold on Hold on So wie? Hey! Wir sind dort auch! Spinner! Guter Schuss! Eeeh, scheiße! Warte! Warte! So ist hier ein Wunsch nicht! Nehmen wir den Transporter! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Sarka, Paul! Achtung! Was denn da ist? Warte! Halt! Warte! Aber hier! Warte! 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 Komm schon! Warte! 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 Oh hier! Haha! Tittenfisch! Alter! Hier ist doch... Ahh! Hier ist das Gepäckband! Jo! Hier sind die Schalter, wo du deinen Gepäck abgibst! Ja guck mal hier aufs Schild! Guck mal hier! Oh yeah! Hehehe! Der Tittenfisch! Get up close and personal! Close it! Hier liegt ne Waffe! Hier liegt ne Waffe, ja. Die beiden Welt kriegt kein Wunder. Ging überall Waffen rum. Nur nehmen und... Nein Gott, ist der! Das ist tot, Kinder! Die kleinen, das liegen das hier. Aber ist der Gepäckbund? Woher? Oh wo ist er? Wo ist ein Charger? Aha! Wo ist er? Du, ist er. Anderlecht! Anderlecht! Das ist nicht woher nichts. Wo geht's aber weiter? Wo sieht das also? Flughafen mal aus. Ich weiß mal wo der Koffer herkommt. Der ist so... Ach du Scheiße! Lade mal da durch! Oha! 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 Sollte gut gepasst haben in der Richtung. Und auch irgendwo ein Molly. Oha! 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 Sollte gut gepasst haben in der Richtung. Oha! Oha! Ich bin mit meinem... ...Mantana hier gut zurecht. Also da können ruhig ein paar mehr kommen. Ja. Das war richtig Zungen, Alter! Guck mal rein! Oh! 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 Also wenn mich loswerden nicht Course haben wird. Ich bin deiber��inal von Masini. entschieden ich... Ich binşallah zelf! Oh! Oh... Oh... Oh! Oh! Oh... So상을очку! Das ist doch ein guter Kuss hier von der Gefangenheit. Ja, man hört sich mal. Natürlich, der richtige Tätik hier. Ja, also nicht hier, ich hab's im Wohnungsbau der Tätik. Nur den Einfahrtfahrtsangeln. Ja, ich hab's hier. Oder man wird ja nicht schon gebraucht. Ja, ich hab's hier. Das kann passieren. Ich glaube, die Bandler müssen ausschneiden und einen neuen Tattich auflegen. Ja, ne, also das ist so nötig, da bis er auch nicht ist. Ich hab's hier aufgemacht. Ich hab's hier lang verweilt, er bin der Alarm raus, oder? Boah! Oder wo ist die Gänse? Ja, ich guck's hier, ich guck's hier. Ich guck's hier, ich guck's hier. Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Halt sich brin durch hier du! Guck mal die scheiß-Alarm hier ausmachen! Und wir laufen mal weiter. Ja, wir laufen weiter. Sack, er hat die Erde. So, noch eins. Oh, der Opa hat noch ein bisschen drauf, ja? Äh... Opa, aber Oma. Oh, okay. Oh, ich wollte mal einen Schuss. Ich hab keinen Schuss. Der Alarm liegt hier. So, jetzt wird's langsam ein bisschen. Hier ist die Gesundheit noch. Oh, man, die Hunde rumpeln. Ey! Ja, das war ein Rampendo, ey. Wir haben ja noch ein Rampendo, ey. Dacia kommt, wir haben einen riesigen Rumpel. Und das hier nicht mehr so am Ende ist. Schuss drauf. Ach, hier ist der Rampel. Ich hab mich nicht durch. Oh nein! 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 Da muss ich nicht überbrauchen. Ah! Das hier ist schluck hier fürs Finale. Da trinken wir jetzt komplett aus, alle. Bin ich bereit, alle. Jo. Dann muss ich gleich mal wo hin, ey. Fürs Finale. Sonst halte ich das in die Neues. Musst du noch mal auf Toilette, oder? Ja, ja. Gleich wieder da. Okay. So, guck mal, liebe Freunde, ich auch noch mal kurz auf Toilette. Ich bin gleich wieder da. Du hast was gut. Ich bin gleich wieder da. Oh. 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 Okay. Uh. Oh. 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 Oh! So, meine lieben Freunde, da bin ich wieder. Bin bei dir. Ist wieder da? So, ich bin wieder der Klammer. Oh, der liegt ja auch wieder. Ja. Ist wieder da, ja, ne? Ne. Jetzt ist der wieder da. Ist das wie eine Maske? Ich sehe, ihr habt mich ein bisschen geheilt. Are you wearing your face mask? Ich weiß gar nicht, wollte ich mich in eine Maske aufsetzen? Dann sausen lassen, oder was? Nee, wegen Infektion. Nein, Infektionsmaske. Das ist das, was die Japaner oder Chinesen da in den Großstädten immer machen. In Hongkong hat fast jeder so eine Maske. Ja, das stimmt, ja. Warum hat denn die jetzt die blöden Waffen gewechselt? Das ist doch ganz sauer. Ich schaff mal in die Fabrikrohre da. Füße anzubauen? Nee, ich mach Füße anzubauen. Gleich ist alles vorbei. Das fügt doch gerade erst an. So. Boah, fetter. Boah, jetzt kommt Flugzeug. Lande an Fluss. Boah, mach Legger. Äh. Es landet. Los. Und mit dem fliegen wir jetzt weg, oder? Er nicht, ne. Den hat wohl ein Zombie geflogen, einer. Der konnte nicht landen, ne? Was man zufrieden sagt, er nicht. Wie? Wie? Ich bin natürlich bekannt vor, aber ich kenne das noch nicht. Wie? 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 Und wie? Die sind die Fabri-mäßig vor, aber... Das sind ein paar Elemente von anderen Spielen, du. Bist du das? Kann sein. Irgendwo ähnlich, ja? Weiß ich aber nicht mehr, was das war, aber... In den letzten 10 Jahren ist es wirklich immer so was ähnliches gewesen, ja? Boah, hier ist ein Füße. Die rennt, ja? Wo sind das vom Gerät? was ist denn hier los sag mal? welches Flugzeug kann man denn? aha oh ich hab noch Munition cool cool we're fine i still hear this clint coming in the house what a Charger going no it's a it is a contact du 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 explodes Na super! Na super! Na super! Hier ist ja das Spiel! Hier ist ja das Spiel! Die Winnegard! Ich hatte noch die Spiels! Genau hier die Winnegard! Ich mische auch nur das Ohren-Spiel! Wir fahren nicht mehr! Ja, das war ein Kriegsspiel! Das war... ...deutsche Spiel! Wir haben hier die Winnegard! Wir haben hier die Winnegard! Wir haben hier die Winnegard! Wir müssen noch örtliche Entscheidungen treffen! Da war die Anrufe! Wir haben alle schweren Anrufe! Wir haben die Leute in den Augen und die Blätter in den Augen! Wir müssen noch schwere Entscheidungen treffen! Ja! Ja! Wir müssen noch die Klasse ablehnen! Wir müssen noch... ...die Knochen noch betrachten! Die Knochen! Aber wir müssen noch auf die Knochen! Ja! So, komm her! Hier ist ein Ding. Oh Die Luft zerbrennt! Wir tun es am besten. Schmerz, herzlich. Das muss ich auch zu fieren. Ähm... Munition! Ja, zu fieren, man. Loser! Loser! Ich werde nach! Hey! Die Luft zerbrennt! Ich nehme eine Rohrbombe. Wir sind bei den Säpfer. Jetzt geht es nicht los. Dann müssen wir das auch messen! Ich mache es nicht. Wir sind in den Säpfer. Wir sind in den Säpfer. Wir sind in den Säpfer! Wir haben den Säpfer. Ich bin in den Säpfer. So, wie ist das? Wo ist denn die Tür nicht mehr? Hat dann viel Waffe. Komm her! Nein, ist da. Hart! Erwischt! Hier, Munition! Auflaufen. Geht's. Geht's. Geht's, Geht's. Geht's! Geht's. Geht's. Ich habe eine kleine Stahlbewegung geflogen. Ich habe eine kleine Stahlbewegung. Alle konnten die Stahlbewegung. Das war ja schon so schwer. Am 8.4. Ich habe mich auf der Platte geflogen. Ich habe mich auf der Platte geflogen. Und was? Nach 40 Minuten? Gott, es ist Zeit. Franzis. Na mit Pumpgun sowieso Oder AK ne die streut Die streut auch die AK Ja dann sag ich mal bis zur nächsten Folge